Lassen Sie sich Menschenleben gegeneinander abwägen. Ich bin jemand, der entscheiden will, der dabei sein will. Und ich denke, nichts zu machen, das ist fast auch ein bisschen feig. Weil man sich einfach enthalten und es ist so, wie es ist. Und man nimmt das so hin. Aber wenn ich nichts machen würde und die fünf Menschen sterben würde, könnte ich dann trotzdem nicht sagen. Oder müsste ich mich trotzdem damit auseinandersetzen, dass ich nichts gemacht habe. Lieber entscheide ich, etwas zu machen, damit ich mich feige und unbeteiligt fühle. Wie das ja der Lauf der Dinge ist in vielen Bereichen im Leben. Das ist nicht so mein Ding. Ich müsste mich entscheiden. Ich glaube, es würde auch eine innere Kraft kommen, die mich dazu drängt, einen Weg einzuschlagen oder mich für eine gewisse Situation zu entscheiden. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020